Am 24. September wurden 28 Mietwohnungen in der Wagerlstraße in Leonding, Stadtteil Hart, an die glücklichen Mieterinnen und Mieter übergeben. Ich freue mich sehr, also es war eine gute Entscheidung. Ich freue mich schon auf meine neue Wohnung, aufs Einrichten, auf alles neu gestalten und einfach dann auf das Nutzen der Terrasse im Sommer, es ist recht schön da mit dem ganzen Garten und Innenhof, es ist total ruhig und trotzdem ist es voll zentral, also das ist irgendwie was ich schätze, auch die Straßenbahn in der Nähe, das in die Arbeit fahren oder in die Stadt, das ist schon toll. Endlich habe ich meine eigenen vier Wände immer bei meinen Eltern daheim wohnen müssen und ja, einfach selbstständig sein. In unmittelbarer Nähe der Wohnanlage befinden sich der Stadtpark Leonding verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentliche Verkehrsanbindungen. Es ist ein weiterer Schritt hier am Hatta Plateau für eine schöne Verbauung. Die WAG macht das ausgezeichnet, über viele, viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, gibt es die beste Kooperation und Zusammenarbeit und es ist immer wieder schön, nicht nur dass neue Leute kommen, sondern wenn man die neuen Wohnungen sieht, mit welcher Qualität die gebaut sind und mit welcher Freiheit die Leute Schlüssel in Empfang nehmen und die Blumenstöcke. Die Wohnungen verfügen über eine Wohnnutzfläche von 51 bis 86 Quadratmeter. Balkone oder Lodgien bzw. im Erdgeschoss Terrassen mit einem Grünanteil machen aus den Mietwohnungen eine kleine Oase der Erholung. Durch die besondere Bebauung sind großzügige Hofbereiche entstanden. Das Wesentliche für uns war bei diesem Bau, dass wir Wohnraumtypen realisieren konnten, die ein Höchstmaus an Privatheit für die Bewohner ermöglichen. Das heißt, wir haben die Erdgeschosszone der Erdgeschosswohnungen circa 80 Zentimeter über das anschließende Gelände gehoben und die privaten Freibereiche, die Gärten, haben dann eine Gartenmauer bekommen, die circa einen Meter hoch ist. Die Mietwohnungen wurden in einer massiven Bauweise mit Vollwärmeschutz errichtet. Der Niedrigstenergiestandard mit kontrollierter Wohnraumlüftung sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch. Das ist schon eine Freude für alle Beteiligten, wenn man innerhalb der Kosten das gemacht hat, wenn der Bau unfallfrei war, wenn die Mieterinnen und Mieter glückliche Gesichter machen und sich dann auch wohlfühlen in den Wohnungen und das erleben wir eigentlich doch, Gott sei Dank immer und das ist die große Freude für uns. Die WAG macht leistbares Wohnen in einer zentralen Umgebung möglich. Für die neuen Mieterinnen und Mieter wurde nun der Traum vom eigenen Zuhause wahr. Gärten, wenn man nachverhalten. Die Mail ist die Mieterinnen und Mieter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017